Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem Zeltlager. Wir hatten gerade ein FIFA-Turnier und der hat mein Bruder gewonnen. Und den Pokal dafür habe ich 3D gedruckt und den seht ihr jetzt. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Asa. Könnte die Führung werden. Ist das der Fall? Wir haben das Gelegen für die vierte Tour, wie die D-Führung im Sieg. Der Sieger, der Sieger. Und er gewinnt den goldenen Kontrollen. Schüttet auf den Boden. 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 Wir sind die Champions, wir sind die Champions. 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 No time for losers, cause we are the Champions. Jetzt haben wir Schlag den Betreuer, also so wie Schlag den Rab oder Schlag den Star, nur mit den Betreuern hier aus dem Zeitlager gegen die Teilnehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Schlag die Betreuer. Von daher wollen wir mal hören, ob alle da sind. Sind die Betreuer denn noch da? Ja! Okay, und wie sieht es mit den Teilnehmern aus? Sind die Teilnehmer da? Ja! Okay, könnte spannend sein. Auf die Plätze! Fertig! Los! 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 Mann, 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 Mann Stock! Er muss noch Platz drin. Dunkelmal. Du musst zeitig! 56 ist nicht allzu schlecht. Das war's mit den Vlogs aus dem Zeltlager, jetzt seht ihr noch die Verabschiedung der Betreuer. Das war's mit den Vlogs aus dem Zeltlager, jetzt seht ihr noch die Verabschiedung der Betreuer. Das war's mit den Vlogs aus dem Zeltlager, jetzt seht ihr noch die Verabschiedung der Betreuer.